Hey, was geht ab? Ich bin Dennis von Baristi Workout und heute ein Video zum Thema Bizeps-Training. Bevor man entscheiden kann, welche die besten Übungen für den Bizeps sind, muss man verstehen, was der Bizeps im Körper überhaupt macht. Jedes Mal, wenn der Bizeps kontrahiert, dann bewegt ihr euren Arm um den Elbogen. Das heißt wiederum für das Training, dass jede Zugübung, jede Übung, die eine Bewegung und die das Gelenk beinhaltet, den Bizeps trainiert. Daher sind die besten Körpergewichtsübungen für den Bizeps, Klimzüge, Chin-Ups, und Rudern. Bei Klimmzügen ist es wichtig zu verstehen, dass ihr mehr mit dem Bizeps arbeitet, wenn ihr die Fände leere aneinanderhalten. Bei Klimmzügen ist es wichtig zu verstehen, dass ihr mehr mit dem Bizeps arbeitet, wenn ihr die Fände leere aneinanderhalten. Eine andere tolle Übung, um eurem Bizeps zu entwickeln, sind einarmige Klimmzüge, beziehungsweise die Progression oder die Vorbereitungsübungen dahin. Dazu wird es ein extra Video geben, aber wenn ihr bereits daraufhin arbeitet, dann macht weiter, das ist genau das, was ihr macht. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.